Moin 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 aus Hamburg, Koldi der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch die Best Formation von Inter Mailand Fangen wir direkt an, im Tor haben wir hier Handanovic, die klare Nummer 1 als Alternative haben wir Karrizo aber Handanovic ist natürlich viel besser, da gibt es keinen Gesprächsbedarf Dann die Viererkette, Nagatomo natürlich gegen Ansaldi Eigentlich für Nagatomo entschieden, einfach aus dem Grund, weil Nagatomo mit 89 Antritt, 89 Beweglichkeit, 91 Balance und 81 Sprungkraft natürlich mehr als überragende Stats hat für den Linksverteidiger und Ansaldi Stats sind eher balanciert, aber nicht wirklich besser als Nagatomo Deswegen Nagatomo der Japaner auf die Linksposition Dann die Innenverteidigung haben wir Morillo und als Alternative haben wir Andreoli aber ich habe mich für die beiden entschieden, weil sie einfach besser sind Miranda ja sowieso und Murillo gegen Andreoli, können wir ja mal hier die kurzen Stats vergleichen Da hat Murillo viel mehr Pace, Sprungkraft hat Murillo auch ein mehr Antritt sowieso mehr, Beweglichkeit auch mehr, also Murillo ist besser, meiner Meinung nach Dann rechtsverteidiger Position haben wir Santon gegen De Ambrosio Er hat seine Ausdauer, was mit 82 sehr gut ist, er hat auch 1 Weighting mehr, das spricht natürlich auch für ihn Antritt hat De Ambrosio mehr, Sprunggeschwindigkeit haben sie gleich Und sonst hat De Santon noch 1 Punkt mehr Flang, also die tun sich eigentlich nicht so viel Die beiden, das ist eigentlich sehr ausgeglichen, das kommt immer darauf an, mit wem ihr besser spielen könnt Aber ich würde jetzt Santon aufstellen Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen, dass Santon ist hier in 4-2-3-1 Einmalig, habe ich mich einfach dazu entschieden, weil ich finde für die Mannschaft ist das einfach die beste Formation Ich habe verschiedene Formationen ausprobiert mit der Mannschaft, aber ich finde die Formation am besten Auf der Doppel 6 haben wir Condogbia und Medel, Medel gefällt mir sehr gut, wegen seiner 92 Balance Stats 89 Aggressivität, 93 Ausdauer als 6er, ich liebe so welche Stats auch irgendwer hat 91 Sprungkraft, sprich die Abschlüsse oder die zweiten Bälle, allgemein die Kopfbälle gewinnt er dann auch meistens Dann auf der anderen 6 haben wir hier Condogbia, der auch eine sehr gute Ausdauer hat, mit 84 Stärke auch noch Sehr solide, 86 Schusskraft auch noch Und als alternativ haben wir Felipe Melo, aber ich habe Melo ausgetestet und irgendwie, zwar hat er ein bestes Weighting, aber irgendwie ist er ein bisschen undynamisch Und auf der 6 finde ich schon, dass man 69 Spritgeschwindigkeit, 69 Antritt, genauso wie Condogbia, also da tut sich nicht so viel Stärke haben sie gleich, Condogbia hat 10 Ausdauern mehr und das ist mir halt persönlich wichtiger Dementsprechend Condogbia, aber da kann man ausprobieren, aber ich nehme Condogbia in dem Fall Dann die Offensive Perisic, Ivan Perisic, der bei der EM ja so geglänzt hat 86 Sprintgeschwindigkeit, 83 Dribbling, 83 Schusskraft Ich habe seine Karte im letzten FIFA Sehr solide Stats, kann man nicht sagen Fast eigentlich alles grün, außer jetzt zum Beispiel Balance Auf der rechten Seite haben wir, den kennt ihr natürlich alle, Biabiani Ja, muss ich nicht viel zu groß sagen 94 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit, 86 Beweglichkeit Das sind alles sehr, sehr gute Stats Vor allem für den Rechtsaußen, 3 schwacher Fuß, 3 Spezialbewegungen Auf die 10er Position, das ist Banega Als Alternative haben wir, wenn überhaupt kein Dreher war Die anderen sind meiner Meinung nach keine 10er Aber ich habe mich hier für Banega entschieden 88 Übersicht, 86 Balance, 84 Reaktion Und kurzer Pass hat er 88 Was natürlich auf der 10er Position immens wichtig ist Mit überhaupt die wichtigste, der wichtigste Attribut meiner Meinung nach auf der 10er Dementsprechend habe ich mich für Banega entschieden Und als Alternative Jovetic, Eda, Palacio und Kandreva Jedoch habe ich mich für ihn entschieden, weil er sein Finishing einfach richtig OP ist Also 88 Abschluss ist schon mehr als überragend 87 Stellungspiel, 90 Sprungkraft, sorry 82 Reaktion, das ist sehr gut Viel schwacher Fuß, das freut mich auch Knipser, Power-Kopfball Also der Mann ist richtig gut in den FIFA Probiert ihn aus, meiner Meinung nach der beste Stürmer bei Interminer Wie immer, hinten bleiben wir angegriffen Bei den beiden Außenverteidigern, Nagatomo und Santon Und Stürmer, Abwehr überlaufen und Abwehr unter Druck setzen Ähm, die Doppelsex habe ich so gelassen Ähm, RM und LM und der 10er habe ich auch so gelassen Und Taktiken wie immer, da es ja eine Demo-Version ist Kann ich es ja noch nicht wirklich beobachten Daher ein bisschen Nachsicht hier Aber, was ich euch empfehlen kann Meistens wie Standard Wenn ihr natürlich eine eigene Custom-Taktik habt Dann könnt ihr sie Taktik für Interminer habt Dann schreibt sie in die Kommentare Dann könnt ihr euch gegenseitig helfen Und austauschen, was denn das Beste wäre Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen Das war es auch wieder vom Video Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ciao